Hey Süße, was machst du denn hier noch? Ist dir nicht kalt? Geht schon. Ich warte hier auf jemanden. Bestimmt doch einen Freund, ne? Du hast doch bestimmt einen Freund, oder? Ja, der kommt gleich. Sollte sie sich schämen, so ein hübsches Mädel wie dich erwarten zu lassen. Danke, aber ich glaube, ich wäre jetzt lieber alleine. Super. Lass dir jetzt den Dank dafür, dass ich mir Sorgen mache. Ihr Weiber seid doch alle gleich. Lass mich einfach in Ruhe, bitte. Hey du Fotze, ein Blattbach hier sitzen. So geil bist du jetzt auch nicht. Wenn, würde ich dich aller höchsten von hinten ficken. So geil bist du. 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 Untertitelung des ZDF, 2020